Hallo meine Lieben, ich bin Seu Thomas aka Sparkojote. Heute möchte ich mal ein kurzes Video machen und zwar möchte ich Geldkurs und Briefkurs erklären. Diese Frage habe ich immer öfters jetzt erhalten, vor allem auch von Anfängern, die jetzt erst gerade beginnen mit dem Thema Aktieninvestments oder Investments an der Börse und es ist doch schon ein sehr wichtiger Punkt zu wissen, was ein Geldkurs oder ein Briefkurs ist, respektive vielleicht, wenn das für Verwirrung sorgt, gibt es auch den Ask-Kurs und den Bid-Kurs und das ist so ein bisschen, ja ist eigentlich das selbe, einfach der englische Begriff und ja ich würde sagen, wir machen das anhand einem einfachen Beispiel. Ich habe hier für euch einen Screenshot, den blende ich auch hier ein und zwar geht es um die Nvidia Aktie. Ich habe hier einen Screenshot bei meinem Swisscode Depot gemacht oder bei meinem Broker, ich bin ja selber auch in Nvidia investiert und hier haben wir in der ersten Zeile den Geld und Briefkurs und wir sehen da ist eine Differenz dazwischen. Das heißt der Geldkurs ist niedriger als jetzt zum Beispiel der Briefkurs und der Geldkurs bedeutet nichts anderes als dass ein Käufer bereit ist 297 Dollar und 79 Cent für die Aktie oder für das Unternehmen Nvidia zu zahlen. Der Briefkurs bedeutet ein Verkäufer auf der anderen Seite ist minimal oder möchte Minimum 301 Dollar und 50 Cent erhalten ja und das ist im Prinzip diese diese Differenz ja das bedeutet wir haben auf der einen Seite den Käufer und auf der anderen Seite den Verkäufer und der Geldkurs ist vom Käufer und der Briefkurs ist vom Verkäufer ja und auf Englisch wäre Geldkurs der BID Kurs also BID BID auf Englisch und der Ask Kurs wäre auf der Verkäufer Seite weil er möchte diesen Betrag für seine Aktien schlussendlich haben. Da wir eine Differenz dazwischen haben, das nennt sich dann insgesamt der Spread oder die Marge und es ist sehr wichtig zu verstehen wie das Ganze funktioniert das bedeutet wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kauforder platziere da haben wir ja auch über Limit Order und Market Order gesprochen da verlinke ich sonst gerne das Video nochmal hier dass ihr euch das auch anschauen könnt und auch verstehen könnt wie das Ganze funktioniert Man muss verstehen wenn ich jetzt eine Kauforder platziere also ich möchte jetzt zum Beispiel Nvidia kaufen für maximal 297 Dollar mit einer Limit Order ja dann bedeutet das dass in dem Moment ich einen Geldkurs für meine Order zumindest von 297 Dollar mache auf der anderen Seite wenn ich Nvidia Aktien besitze und ein Verkaufsorder eine Verkaufs Limit Order zum Beispiel mache ja dann bedeutet das dass ich zum Beispiel sage okay hey ich möchte Minimum 302 Dollar für die Aktie haben und dann bedeutet das dass wir einen Briefkurs ja oder einen Ask Kurs von 302 Dollar haben oder platzieren an der Börse ja also es ist relativ einfach man kann sich das gut merken Geld ist der Käufer ja und Brief ist der Verkäufer und in der Regel ist es halt auch meistens so also oder in der Regel in den meisten Fällen so dass der Geldkurs niedriger ist als der Briefkurs ja gibt natürlich vielleicht auch Ausnahmen aber grundsätzlich ist es meistens tatsächlich so und das ist eigentlich im Prinzip schon das Video gewesen ich hoffe das hat dir jetzt geholfen einfach um zu verstehen was dieser Geld und Briefkurs ist und dass es eigentlich gar nicht so schwer ist sondern einfach auf der einen Seite der Käufer und auf der anderen Seite der Verkäufer und sie sich dann da in der Mitte irgendwo treffen wenn dir das Video gefallen hat und dir weitergeholfen hat lass doch gerne einen Daumen nach oben da oder empfehle diesen Kanal deinen Freunden weiter wenn sie sich auch vielleicht mit dem Thema investieren und langfristiger Vermögensaufbau beschäftigen sollten und ich würde mich super freuen wenn du hier unten den Abonnieren Button drückst weil die meisten von euch sind noch keine Abonnenten und betätigt auch gerne die Glocke weil dann verpasst ihr keine täglichen Livestreams die um 18 Uhr jeweils stattfinden hier auf diesem Kanal da habe ich viele tolle Gäste verschiedene ja Themen die wir hier besprechen vor allem natürlich über das Thema Finanzen würde ich mich super freuen wenn ihr da am Start seid und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video bis dahin tschüss Leute bis dahin tschüss Leute